Ich komm jetzt auch rüber? Ja. Ah, Alter. Check, check. Blue. Auf den Safe gegangen. Ja. Wahrscheinlich in Range, oder? Hoffen wir mal nicht. Ist doch Blue, ist doch von Darkness, oder? Warte, ich schau mal drauf, was die drauf hat. Die hat drauf. Das sieht da Autocannons aus. Ja, das sind Autocannons. Ja, die großen Geschütze sind's. Achtung, Jungs, passt auf. Antrieb aktiv. Oh, geil. Run, 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 drauf, kommt, Jungs, hopp. Jungs, auf, run an die Cynaball, hopp. Kommt, 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 drauf. Drauf, 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 hopp, komm. Hab's da. Und run, und run, und run, und orbiten, bitte. Boah, geht nicht kaputt. Nice. Auf geht's, Pod, Ivor, 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 Ivor. Da war jemand schneller, sehr schön, Jungs. Alter, ich hab dich neu geplant. Mal schauen, was so ein Pod hat, wa? Ich danke für eure Teilnahme und wir fliegen jetzt heim. Tschüss. Wie gesagt, wer auch immer sich Safe Spots machen möchte, der sei gerne willkommen, dies jetzt zu tun. Ich mach mal welche für die Corp hier mit. Feel free to make... ...dank spots if you want.